Es ist mal wieder so weit und der zweite Spieltag der Bundesliga liegt hinter uns. Wir sind Megafon95, der Fortuna Düsseldorf. Fußballtalk. Ich bin der Mo, der Wappendribbel auf Twitter. Natürlich auch am Start mit dabei der Scherenski, der Micha. Guten Tag. Ja, 1-1 gegen Leipzig. Ganz kurz bevor wir darüber sprechen. Wie fühlst du dich danach? Ich fühle mich super. Ich war ja in Leipzig und hat Spaß gemacht. Ja, und es war halt wirklich erschaulicherweise wie gedacht, dass man ganz gut eigentlich klargekommen ist gegen Leipzig. Wie soll ich sagen? Eigentlich hätte man auch drei Punkte verdient gehabt, meiner Meinung nach. Ja, ich bin der gleichen Meinung, obwohl das 1-1 natürlich mehr ist, als ich erwartet habe. Ich habe, glaube ich, tatsächlich eine 2-2 oder sowas getippt in der letzten Folge. Dazu tatsächlich ein bisschen später mehr, beziehungsweise wir wollten jetzt erstmal auf das Feedback so ein bisschen von der Community eingehen, Micha. Ja, wir haben das immer jetzt ein bisschen zurückgezogen, weil wir dachten, okay, da haben jetzt so wenig Leute geantwortet. Aber wir haben jetzt die Hoffnung, dass wenn wir das auch wirklich erwähnen, demnächst dann auch mehr Leute antworten. Zum Beispiel, wir haben eure Erwartungen an die Saison vor der Saison abgefragt. Ja, da haben 55,5% geantwortet, es wird ein knapper Klassenerhalt. 33,3% Leute haben gesagt, es wird ein souveräner Klassenerhalt. Und wir 11,1% haben gesagt, der Abstieg ist unvermeidbar. Dann haben wir auch noch eine Frage nach der Bewertung der Transfers gemacht. Ja, da kam, dreimal kam ein Gut als Antwort und einmal kam ein, und einmal kam ein, mir fehlen die Stars. Ich gucke niemanden an, der es geantwortet hat. Ja, der Micha meint mich, ich kann das auch so ein bisschen begründen tatsächlich. Weil ich finde tatsächlich, dass so uns der Spieler hält, na klar, wir müssen jetzt keinen David Beckham verpflichten. Ein bisschen alt, falsche Generation. Wir müssen jetzt hier keine Rosane holen oder irgendwen anders Gutes, Talentiertes. Nürnberg hat sich tatsächlich noch verstärkt mit Spielern, wo ich gesagt hätte, okay, die bringen wirklich nochmal Qualität rein. Man hat kurz vor Schluss 2,5 Millionen ausgegeben für Virgil Misaitin, glaube ich, heißt der. Er ist links außen, er kam aus Ludoretsk und ist niederländisches Talent. Dann hat man natürlich Yuya Kobo geholt, auch einen japanischen Nationalenspieler, der hat sich auch schon bewiesen. Und ist auch, ja, ist jetzt 24, kommt aus der Jupe-League und will den nächsten Schritt machen in Nürnberg. Und man hat halt auch von Sporting Lissabon ein super Talent verpflichtet eigentlich, Brasilianer Matthäus Pereira. Warum der noch nicht irgendwie, ja, bei größeren Klubs spielt, weiß ich nicht. Aber der will sich da auch beweisen. Und du hast so diese Kategorie, dass jemand mehr wert ist als so drei oder vier Millionen, der den ganzen Kader heraussticht. Und das fehlt mir irgendwie, der Spieler, der bei uns nicht nur marktwerttechnisch, sondern auch vor der Qualität über allen steht. Ja, aber Fortuna hat ja gesagt, dass die keinen, dass sie das Gehaltsgefüge nicht sprengen wollen, sondern halt... Ja, aber sprengst du wirklich das Gehaltsgefüge damit, wenn du einfach jemanden holst, der vielleicht den nächsten Schritt macht, aber trotzdem schon in einer anderen Liga geil gewesen ist? Das machen andere Klubs ständig. Ja, aber ich denke mal nicht, dass Fortuna sich das Gehalt von so Leuten leisten kann. Ja, aber Nürnberg eigentlich auch nicht. Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gehen die halt mehr Risiko oder so. Ich finde es halt gut, wie es Fortuna macht, dass man dann lieber in die Breite geht als in die Spitze. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder gerne auch bei Facebook in unserer Megafon95-Gruppe. Dort könnt ihr auch gerne reinhauen, teilt sie, liked sie, landet eure Freunde, diskutiert mit uns über Fortuna. Und natürlich auch gerne über unseren Podcast, auch gerne Anregungen und Verbesserungsvorschläge einfach da reinklatschen. Oder natürlich auch an unsere E-Mail, projektmegafonpodcast.gmail.com. Wir haben auch einen Twitter, Micha. Unser Twitter ist auch Megafon95. Und dort bist du der Mann fürs Grom, sozusagen. Und haust da auch gerne mal ein paar Sachen raus. Ein paar coole Tweets sind immer dabei. Ihr könnt natürlich auch unsere privaten Twitter-Handles liken. Das haben wir zu Beginn der Show vorgestellt. Ansonsten steht es auch unten in der Infobox. Micha, John Simmer hat sich verlobt. Das ist natürlich das Highlight unserer Fortuna-Woche. Ja, ich habe eben überlegt, beziehungsweise, weil wir keine News hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, guckst du mal nach, was war? Und es war halt nichts. Und dann dachte ich mir so, okay, bevor wir gar keine News reinschreiben, schreibe ich rein, dass John Simmer sich verlobt hat. Das freut mich, weil meine Freundin findet den John Simmer so heiß. Wenn der 20 Zentimeter größer wäre, dann wäre sie, glaube ich, schon längst weg. Und deswegen bin ich konkurrenzlos. Vielleicht war das auch einfach nur so ein Ding, dass ich es reingehauen habe. Du warst neidisch auf John Simmer. Also bei der Freundin wäre ich das tatsächlich auch. Also sie ist super hübsch. Keine Ahnung, wer sie ist oder was sie macht. Aber super hübsch ist sie auf jeden Fall. Klar, wir haben natürlich nach dem Spiel, wenn wir auf das nächste Spiel blicken, haben wir noch ein paar andere Infos und News für euch. Versuna startete dann in einem 5-3-2. Also ein bisschen ungewöhnlich eigentlich hier Friedhelm Funkel, weil letzte Saison hat er das irgendwie nach den ersten 5-6-Spielen und dem Pokalspiel danach über Bord geworfen, nachdem das gegen Gladbach nicht wirklich gezündet hatte und spielte dann in einem 4-2-3-1. Jetzt holt er es in der Bundesliga nach dem zweiten Spieltag zurück. War das jetzt, wenn wir rückblickend darüber quatschen, die richtige Entscheidung gegen Leipzig oder war es zu defensiv? Es war ja erstaunlicherweise gar nicht defensiv. Es ist auf dem Papier defensiv, aber Fortuna hat eigentlich schon ganz gut ordentlich im Rahmen der Möglichkeiten gespielt und hat die Sache auch ziemlich gut gemacht. Das sind 8 Spieler, die defensiv spielen oder 8 defensive Spieler und dann hast du halt noch Hennings und Duxch vorne. Zumindest auf dem Papier, aber wie gesagt, gespielt wurde dann doch anders. Gespielt wurde mit Michael Rensing im Tor, der konnte seinen Stammplatz behaupten. Und da hatten wir halt Gieselmann, Kaminski, Hoffmann, Eihann und John Zimmer, die halt diese Außenspieler, diese Fünferkette bildeten sozusagen. Gieselmann und Zimmer waren oft weit vorne, also in dieser Umschaltbewegung waren die wirklich oft vorne und haben sich praktisch neben Morales gesetzt. Wo das Ganze dann wirklich so ein 3-2-3-2 war, das sah in der Realtaktik ziemlich kurios aus, aber es hat funktioniert. Zimmermann stochte halt auch nach vorne, also das war so ein kleiner Wechsel, so Bottke ging nach vorne, wenn Zimmer vorne war und Zimmermann ging nach vorne, wenn Gieselmann vorne war. Aber Morales war wirklich so ein pendelnder Spieler zwischen Offensive und Defensive, den hast du auch mal auf dem Flügel gesehen. Also ich finde, er ist für diese Rolle, wenn man es nochmal so spielen sollte, vielleicht gegen andere große Mannschaften, halt genau der richtige Spieler. Wenn man halt mit einer 3er- bzw. 5er-Kette spielt, dann hat man ja keinen auf dem Flügel, deswegen müssen dann halt Gieselmann und Zimmer in dem Fall halt die Wege laufen. Und das haben die drauf. Das sind zum Glück so laufende, dass man irgendwie nie das Gefühl hat, die werden platt. Was mir nicht so gefiel war, wenn Hennings oder Dux auf dem Flügel ausweichen mussten, um da eine Überzahl zu schaffen. Das war irgendwie immer, ja, da fehlte das Tempo, da fehlte Druck, da fehlte die Idee und auch die Qualität in den Flanken, zumindest bei Hennings. Dux hat ja in dem Spiel auch irgendwie komplett unverständlich für mich tatsächlich auch die Ecken und Freistöße ausgeführt. Und Freistöße kann ich noch irgendwie nachvollziehen, er ist ein Stürmer, er ist hungrig, er will Tore schießen. Aber warum er dann die Ecken macht, ist dann mir auch so ein bisschen fraglich. Ja, aber zum Beispiel, deswegen spielt man ja mit zwei Stürmern, damit auch einer mal auf dem Flügel ausweichen kann. Ja, aber die sind bald ja nicht sonderlich schnell. Später als dann Raman vorne drin war, hast du dann gemerkt, dass da auch Bewegung, Wechsel und Tempo reinkam? Ich finde, Dux ist da schon ordentlich schnell, beziehungsweise das, was ihm an Geschwindigkeit fehlt im Vergleich zu Raman, das hat er dafür dann als Kraft, also da kann er besser den Körper reinstellen. Ja, aber ich fand an sich, war es eigentlich von allen eine ganz ordentliche Partie, sogar eine sehr gute Partie. Die Fortuna hat sehr gut gespielt, man hat sich nicht belohnt, man hat immer noch ein paar kleine Fehler gemacht. Leipzig hat sich zum Glück nicht bestraft. Ich hätte den Raman gerne früher gesehen, weil man hat gemerkt, dass man mit Tempo hätte man diese große, körperlich robuste Abwehr von Leipzig eigentlich gut überwinden können. Das hat man dann erst mit Raman gemacht und dann hat sich Leipzig so ein bisschen darauf eingestellt, dass Fortuna mit Tempo kommt. Die Abwehr von Leipzig ist jetzt auch leider nicht die, leider zum Glück, nicht die Liga beste. Michael, willst du noch kurz über die Auswechslung sprechen? Ja, Stöger ist raus für Kaminski sozusagen und Raman ist raus für Dux. Ja, ist halt dann, glaube ich, der taktischen Umstellung geschuldet und jetzt nix, wo man sagen würde, die sind jetzt rausgeflogen, weil sie scheiße waren oder so. Dann besprechen wir mal das Tor, das ist in der 47. Minute passiert, also direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ja, das war eigentlich ein schöner Angriff, also der Hennings schickt den Dux schön, der Dux schlangt dann. Dann hat Giesemann den Ball auf dem Flügel. In dem Fall hat er halt nicht geschossen, weil er hat in der ersten Halbzeit schon so aus einer ähnlichen Position geschossen, dann knapp vorbeigezogen. Lässt dann zwei Spieler stehen, legt quer und Zimmermann kann dann aus, weiß ich nicht, 16 Metern, also ungefähr so. Ja, links, also halb links reinschieben mit Kraft, mit der Innenseite. War ein schönes Tor von Fortuna. Ja, das Spiel war eigentlich sehr ausgeglichen, obwohl Leipzig in der Anfangsphase sehr dominant war, fand ich. Da waren so die ersten fünf, sechs Minuten, wo ich dachte, oh. Aber dann kam eigentlich direkt auch ein Konter, wo ich mir dachte, was ist denn da los? Wo John Zimmer wieder, der mir auch in diesem Spiel sehr gut gefiel, wieder agiert hat. Jetzt macht Leipzig dann natürlich das 1-1 und dabei bleibt es dann auch Augustin. Augustin stolpert den so ein bisschen in das Tor hinein mit ein bisschen Glück. Prallt er halt anders ab am Rensing und der kann den nicht irgendwie rein Ping-Pong spielen. Ja, das Gegentor war halt komplett unnötig. Da kommt ein Pass in die Mitte, Eihahn sieht, dass da keiner steht, geht den Meter raus, um den Ball zu klären und dann pimmelt irgendein Leipzig-Spieler mit der Zehenspitze den Ball noch gerade so an Eihahn vorbei. Ja, und dann hält der Rensing den Ball auch noch, aber der prallt dann dem August so gegen Oberkörper und trudelt dann rein. War ein richtig unnötiges Pimmelding. Das war halt die einzige Situation, wo Fortuna nicht richtig mitgeschoben hat, hat sich nicht rechtzeitig fallen lassen. Wo man auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufgeregt war, aber man merkt so ein bisschen, dass die Bundesliga halt diesen einen Tacken manchmal schneller ist als die 2. Liga. Und das hat man in dem Spiel gemerkt. Leipzig natürlich auch da eine geile Offensive. Auf jeden Fall junge Talente und gute Spieler dabei. Das muss man einfach sagen, die haben gute Spieler. Und die haben halt dann natürlich auch dieser halben Chance dann ein Tor gemacht. Aber wir haben eigentlich das ganze Spiel super gemacht. Ja, das sehe ich genauso. Und mit ein bisschen Glück, der Dux hat dann gegen Ende hin noch eine richtig schöne Aktion gehabt. Hat den Ball dann sich auf den rechten Fuß gelegt und zirkelt den Ball in den Winkel. Aber Gulashi kommt gerade noch mit den Zehenspitzen dran und lenkt den Ball in die Latte. Überragend. Das war überragend gemacht von Dux und auch überragend gemacht von Gulashi. Der hält nie wieder so einen Ball. Ich habe gerade, das ist immer der Fortuna-Fluch. Die gegnerischen Torhüter holen immer das Maxim, 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 Maximale Maximum raus. Irgendwie, das ist so, das ist mindestens das Gefühl, was ich seit Jahren habe. Der gegnerische Torwart, der spielt gegen uns immer geil. Und danach lässt er wieder so Hosenträger-Dinge durch oder bleibt einfach stehen. Ja, das ist halt ärgerlich gewesen. Und Leipzig hatte dann auch noch einen Fallrückzieher, der knapp vorbeigte. Also es waren eigentlich, es waren zwar gute Chancen dabei von Leipzig, aber die haben gefühlt das Tor einfach nicht getroffen. Beziehungsweise nicht aufs Tor geschossen, sondern immer drüber und daneben. Und Fortuna hat dann, wenn sie Chancen hatten, dann haben die halt den Gulashi angeschossen. Was auch ärgerlich war. Und ja, ich bin der Meinung, gegen Augsburg hat man gefühlt schon einen Punkt verspielt, den man verdient gehabt hätte. Diesmal waren es zwei, die man verdient gehabt hätte, meiner Meinung nach. Das ist halt ärgerlich, weil es wird auch Spiele geben, wo man halt glasklar 3-0 verliert und dann keine Chance hat auf Punkte. Und deswegen müsste man die jetzt eigentlich holen. Weil wenn man so Punkte holt, dann kann man auch den Klassenerhalt schaffen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Da ist auch, ja, dann ist auch egal, wie gut man gespielt hat, wenn man die Punkte nicht holt. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn Fortuna in die Saison, wie jetzt die ersten zwei Spiele zu Ende spielt und dann trotzdem absteigt, dann bin ich keinem böse, weil dann sagt man so, okay, die haben ordentlich gespielt und dann hat es halt nicht gereicht. Und dann ist es halt so. Fortuna ist mal, um dann auf Tabellenplatz zwölf Uhr nach zwei Spielen dann eine Bilanz zu ziehen, ist schon krass. Du findest, Khan Ihan ist der Man of the Match. Ich finde, Zimmermann hat da wieder ein super Spiel gemacht. Obwohl ich halt auch jetzt eigentlich auch Morales nehmen könnte. Der war sehr unauffällig, aber der hat sehr viele Pässe im Mittelfeld erlaufen. Viele, wie nennt man das auf Deutsch, viele Interceptions gemacht. Scheiß drauf. Der hat einige klare Pässe in der Verlagerung auf dem Flügel gespielt. Also, der war so der Anchorman, der Spielgestalter, wenn du so möchtest, in diesem Game für die Fortuna. Klar, Schocksverwertung ist natürlich das Thema überhaupt, aber man hat Leipzig halt auch so ein bisschen gewähren lassen. Für mich Bezeugung für das Spiel war halt, dass Leipzig, obwohl wir kein Mittelfeld hatten, selbst keine Kreativität im Mittelfeld hatte und immer wieder lange Bälle auf die Flügel geschlagen hat, aus der Verteidigung heraus oder lange Pässe, wo der Stürmer erst mal stehen bleiben muss, um den Ball kontrollieren zu können. Das war für mich so ein bisschen die Schwäche von Leipzig, die wir nicht genug genutzt haben. Also, Spiel flach halten und mit viel Schnelligkeit übers Mittelfeld nach vorne zu gehen. Aber im Nachhinein ist man da immer schlauer. Euer Man of the Match gerne auch in unsere Facebook-Gruppe mal reinhauen. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja, was ich noch sagen wollte bei Can Ayhan, ich habe den halt gewählt, weil er hatte drei, vier Mal so Aktionen, wo er praktisch diesen tödlichen Pass von einem Leipzig-Spieler halt noch abfangen konnte, irgendwie mit der Zehenspitze oder so. Und wenn er da halt nicht gewesen wäre, dann wäre der Leipzig-Spieler durch gewesen und dann eins gegen eins gegen Rensing. Und der hatte so drei Aktionen, glaube ich, wo das so richtig knapp war, dass er gerade noch drangekommen ist. Und dann dachte ich mir so, dafür muss man dem halt den Man of the Match geben, weil sonst wäre er durch gewesen. Ja, und dann hätte ich noch einen Win der Woche, sage ich mal, so wollten wir das nennen. Und zwar Überraschung, Überraschung an Timo Werner, weil er... Ne, war es Timo Werner? Timo Werner ist da... Nein. Nein? Nein, nicht mehr. Auch wenn er in der ersten Halbzeit... Ey, der ist zwei-, dreimal... Leipziger sind so gefallen in der ersten Halbzeit, wie die fliegen. Als hätte jemand mit einem Schrotgewehr über dem Spielfeld gerannt. Pam! Und dann flog der. Der trifft, der Zimmermann, stibitzelt den den Ball ins Aus und er fällt über den Zimmermann drüber, der berührt den nicht mehr über den Ball, als hättest du dem von hinten... Naja, ich lasse es mal besser bleiben, ansonsten kriegen wir noch irgendwelche Hass-YouTube-Kommentare von irgendwelchen Leipzig-Fans. Für mich ist trotzdem Timo Werner ein Win der Woche, weil er halt, glaube ich, kurz vor Schluss war es... Ich glaube, es war sogar schon die 90. Minute... eine Ecke bekommen hat, obwohl es keine Ecke war und als der Schiri den dann gefragt hat, ob er als letztes am Ball war, dann hat er gesagt, ja, okay, ich war als letztes am Ball und hat dann, sage ich mal, die Ecke hergeschenkt und dann gab es einen Abschluss für Fortuna. Da, muss ich sagen, großes Lob, an ihn, hätte ich von ihm nicht erwartet. Wollen wir das Spray übersprechen über unseren nächsten Gegner? Ja, der nächste Gegner ist Hoffenheim. Die sind aktuell Zehnter, aber wie gesagt, die Tabellensituation ist noch relativ vain. Die letzten Spiele von Hoffenheim waren 3-1 gegen Freiburg, dann eine 3-1-Niederlage gegen die Bayern und im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern ein 6-1 souveräner Sieg. Jetzt, meiner Meinung nach, wird es wieder ein schweres Spiel. Also eigentlich werden alle Spiele schwere Spiele. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man könnte mit einer guten Leistung auch wieder vielleicht einen Punkt sich mitstibitzen. Also ich bin der Meinung, Hoffenheim ist wirklich on a roll, sagt man. Bevor wir kurz mal weiter auf Hoffenheim eingehen. Wir haben zum Beispiel John Zimmer, da weiß man nicht, ist er im nächsten Spiel dabei. Der laboriert momentan am Knie und Adam Bocek, der kehrt nach dem Rippenbruch zurück. Aber ob er spielen kann, ist auch fraglich. Man hat unter der Woche gegen Oerdingen im Testspiel einfach nur 1-1 gespielt. Äh, 1-1. Einfach nur ein Remis gespielt. Kobel von uns war da, der hat gesagt, ja, so wirklich großartig war das Spiel jetzt nicht. Also die beiden Mannschaften haben wirklich nur getestet, mal was ausprobiert. Spieler spielen lassen, die sonst nicht zum Zug kommen. Wie schätzt du so ein Remis ein? Hätten wir Oerdingen auch 6-1, 6-0 besiegen müssen in diesem Test, um wirklich konkurrenzfähig zu sein? Ja, ich denke mal, ein Test ist ein Test und da gebe ich ja einen Fick drauf, sage ich mal. Ja, ich sage mal so, von mir aus können ja auch jedes Testspiel verlieren, wenn man danach aber den Gegner jedes Mal schlägt in der Liga. Deswegen, ja, kann man mal machen. Was ist dein Tipp in Hoffenheim? Ein Remis? Oder meinst du, wir kriegen dann knapp einen Sieg? Ja, mein Problem ist, ich habe Hoffenheim jetzt noch nicht so krass verfolgt in dieser Saison, aber die haben schon ihre Probleme zwischendurch. Klar, man hat, eigentlich war man, ja, sagen wir 60, 65 Prozent schlechter gegen Freiburg, aber man hat halt 5, 6 offensive Aktionen und haut dann halt einen 1-0 Rückstand, haut man dann halt wieder raus. Die haben halt die abgeklettert und die Qualität gegen Bayern, da hat der Nagelsmann was probiert, aber die Bayern waren einfach zu geil und wollten da halt einen raushauen und da haben die keine Chance gehabt. Auch die paar Spieler, die sich dann da verletzt haben und ja, gegen Kaiserslautern, das 6-1, das war halt auch für eine Mannschaft, die sagt, wir wollen Europa spielen, also nächste Saison, ist das auf jeden Fall ein Pflichtergebnis oder ein Pflichtsieg, dass man gegen Drittligisten dann doch so hoch gewinnt. Ist einfach nur Kaiserslautern und deren krassen Umbruch der dritten Liga geschuldet, meiner Meinung nach. Ich bin froh, um jeden Punkt, den wir holen, wird wieder einen 2-2 tippen. Ich hoffe das Beste. Da gehe ich tatsächlich mit. Vielleicht ist noch einmal ein Barkok, eine Option, der könnte auch für das Spiel wieder zurückkommen. Jetzt, bevor wir uns dem Fail der Woche widmen, nochmal zwei so kleine Sachen hinter der Woche passiert sind. Kenan Karaman sagt ja der türkischen Nationalmannschaft ab, wegen Überspieltheit und fehlender Fitness oder fehlender Frische. Was hältst du davon? Ja, ich denke mal, er will sich anbieten, weil er ist ja eigentlich von Hannover nach Düsseldorf gekommen, weil er spielen wollte und nicht auf der Bank sitzen wollte. Das tat er jetzt die letzten Spiele. Ja, genau. Und deswegen denke ich mal, dass er sich jetzt sagt so, ja, ich muss mich mal ranhalten, muss mal dem Trainer zeigen, dass ich auf jeden Fall spielen will und deswegen denke ich mal, dass er deswegen jetzt hier geblieben ist und mit der Mannschaft mit trainiert. Ist das der Nationaltrainer der Türkei auch so akzeptiert? Da gab es jetzt zumindest in der letzten Zeit, und was es um diesen, ja, Nations-League-Spieler eigentlich ging, gab es ja einige Nationalteams, die solche Aussagen nicht wirklich gut akzeptiert haben und da auch versuchen, rechtliche Schritte gegen die Spieler einzugehen. Was ich eigentlich mal ansprechen wollte, ist ein Transfer von Linden Sellei. Ja, es gab einen Spieler, auch von Standard Lüttich, den wollte man auch sein, ein junges Talent, ist ein Albaner, der wäre wahrscheinlich erst, ist 19, wäre wahrscheinlich erst für die zweite infrage gekommen, um da zu verstärken. Es hat der Wechsel durch administrative Probleme nicht geklappt. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Fehler, der zurück zu Chaos-Fortuna geht? Oder ist es einfach nur wirklich tatsächlich ein abgestürzter Computer gewesen? Ja, ich habe auch nur mitbekommen, dass da irgendwie was schiefgegangen ist, weil man eigentlich, wenn man sich eigentlich einig war, aber, ja, das hört man ja immer wieder, dass da irgendwie was in die Quere kommt und dann geht es doch in die Hose. Wenn alles klar war, dann würde man ihn wahrscheinlich nicht im Winter holen. Und wenn man ihn nicht im Winter holt, dann wird er wohl nicht so gut gewesen sein, dass man ihn holen sollte. Also er sollte auf jeden Fall die zweite im Mittelfeld verstärken und da halt helfen und man wollte ihn mit der ersten Mannschaft trainieren lassen, um ihn da ranzuführen. Der soll halt einen, ja, sagen wir, für Bundesliga-Durchschnittsverhältnisse, das hat er irgendwann mal drauf als Talent, glaube ich fest dran, aber ich glaube, Spieler, die qualitativ als Talent besser sind, die gibt es so bei Fortuna, denke ich mal nicht. Okay, wir hatten vielleicht welche, die was hätten werden können, aber da hat man in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass Fortuna das nicht kann, aber das wäre zu weit, zu weit, zu weit ausgeholt. So, bevor wir uns verabschieden, Micha, du hast noch einen sehr privaten Gruß und einen sehr geilen Fail der Woche. Ja, ich habe einen Fail der Woche aufgeschrieben und privat im Sinne von, das werden die meisten Zuhörer eh nicht checken und zwar Grüße gehen raus an Lars, der hat sich so in Leipzig über das Tor gefreut, dass er voller Freude auf den Zaun gehauen hat und sich komplett die ganze Hand aufgeschnitten hat. Ja, auf jeden Fall hat er ein bisschen, hat er die komplett zweite Halbzeit vor sich hin geblutet, weil er das Spiel sehen wollte und ist erst nach Abpfiff zum Arzt gegangen. Ja, aber die Sanitäter haben dem dann ein bisschen Desinfektion, Desinfektion drauf gegeben, ein Tuch drauf gegeben und damit war die Sache gegessen. Aber das war halt, ja, ich dachte mir, dafür haben wir ja den Fail der Woche eingeführt, den wir immer so stiefmütterlich behandeln, aber ich dachte mir, wenn es schon mal so eine Aktion gibt, dann kann man die auch raushauen und ja, Grüße an Lars. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch gerne nach dem Spiel euren Win oder Fail der Woche gerne mal bei uns in die Facebook-Gruppe hauen oder gerne auf Twitter an uns schicken. Das wird dann auf jeden Fall auch erwähnt, wir möchten da so ein bisschen Community-Feedback so ein bisschen eigentlich einbauen. Ja, wir wollen halt aktiver werden und dementsprechend wollen wir halt jetzt auch mehr wirklich nachfragen und auch damit wir mehr Antworten generieren. Wir werden euch nerven. Ja, nicht komplett nerven, aber dass man vielleicht vor und nach dem Spiel mal was schreibt und zwischendurch mal eine interessante Frage oder was fragt. Das würde uns auf jeden Fall helfen, so macht ihr die Sendung zu eurer Sendung und es wird natürlich abwechslungsreicher und kreativer. Micha, vielen Dank, dass du diese Folge wieder mit dabei warst. Immer wieder gerne. Er ist der Micha, er ist at Schewenski8 auf Twitter. Das ist echt eine lustige Geschichte mit dem Inder eigentlich. Die sparen wir uns irgendwie mal für ein... Ich glaube, die erzählst du sowieso in jeder zweiten Folge. Tu ich das tatsächlich, die Geschichte mit dem Inder? Ja, also, dass ich Schewenski8 heiße, weil irgendein Inder Schewenski heißt. Das ist so großartig. Das ist genauso wie eigentlich, wir waren in einer schottischen Bar und da war halt einer mit einem Dudelsack und der spielte halt darauf und irgendwann setzte der sich hin und dann kamen halt so zwei Weiber auf den zu und die eine fragte den, ob sie mal seinen Sack anfassen darf. Läuft bei ihr? Ja, auf jeden Fall fing er dann an und stand dann auf, knetete so ein bisschen seinen Sack und pustete dann in die Flöte da rein und es war auf jeden Fall eine großartige Szene, der ist dann auch irgendwo mit seinem Sack in der Hand auch rausgegangen. Ja, ich spinne gerade. Jetzt habe ich die Verabschiedung ruiniert. Er ist der Micha, er ist jetzt Schwinski 8 auf Twitter. Cut it out. Er ist Schwinski 8 auf Twitter, ich bin der Wappendribbel auf Twitter. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche bis zum nächsten Spieltag. Genießt die Länderspielpause, macht ein bisschen was mit eurer Familie, eurer Freundin, mit was auch immer und lasst genügend Feedback da. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Alban. Auf Wiedersehen. Dass du mal so albern sein musst. Tschüss Leute. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Unsere Helsinki. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 2015.